. Elionussi, Klasse gespielt für Omar Gaber. Elionussi, dann Zuffi, Tor! 1-0 für den FCB. Luca Zuffi mit seinem dritten Saisontreffer. FCB-like herausgespielt. Über die Aussenbahn. Ciccone. Janjatovic, dann Avtijay mit dem Ausgleich. 1-1. 31. Minute. Albion Avtijay mit seinem zweiten Saisontreffer. Janjatovic kommt da mit grossen Schritten. Avtijay, Avtijay, Latte! Duzel für Basel, kurz vor der Pause. Davide Galan. Mit links an den Pfosten. Er steht auch unentschieden in Sachen Stangenschüsse. Plötzlich eine 3 gegen 1 Situation. Kukurusovic rechts, Kostanzo. Da ist er! Kostanzo scheitert an Watzlik. Und dann rettet Lang auf der Linie. Wie aus dem Nichts. Diese Riesenmöglichkeit für den FC Vaduz, um hier das Spiel zu entscheiden. Wieder Ballanta mit dem Fehler. Kukurusovic. Aus und vorbei. 1-1 zwischen Vaduz und Basel.